Der Schlüsselmoment war eigentlich, als ich es geschafft habe, innerhalb eines Monats zum ersten Mal um 20 Mitglieder zu wachsen. Da habe ich wirklich gesehen, da ist Potenzial da. Mein Name ist Henrico Pollock. Ich betreibe eine Jiu-Jitsu-Schule in Dresden namens Virtus Jiu-Jitsu. Ich betreibe die Schule seit 2019 im Nebenberuf. Ich habe Falk über eine Broschüre kennengelernt, die mir im Briefkasten gelegt worden ist und hatte anschließend ein Telefongespräch mit ihm. Falk wirkte von Anfang an sehr professionell. Ich habe den Eindruck gehabt, dass er wirklich weiß, wovon er spricht. Ich hatte meine Zweifel, ob ich das wirklich alles so umsetzen kann, wie Falk das empfiehlt. Also insbesondere was die Preise angeht, die Vertragsmodelle und ob ich wirklich so viele Mitglieder in meiner aktuellen Schule unterbringen kann. Vor dem Coaching hatte ich ungefähr 70 Mitglieder und ca. 3000 Euro Umsatz. Ich wollte gerne aus meinem Hauptberuf rauskommen, um die Schule Vollzeit zu betreiben und hatte Sorgen, ob ich das überhaupt auch mit kleiner Familie so umsetzen kann. Ich habe relativ schnell mit der Umsetzung begonnen und eigentlich auch direkt die ersten Erfolge gehabt. Ich habe die ersten Maßnahmen direkt umgesetzt. Es war super schön, dass ich jetzt direkt Erfolge sehen konnte und wusste, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Wenn das so weiterläuft, dann kann ich noch ganz weit nach vorne kommen. Also der Schlüsselmoment war eigentlich, als ich es geschafft habe, innerhalb eines Monats zum ersten Mal um 20 Mitglieder zu wachsen. Da habe ich wirklich gesehen, da ist Potenzial da. Also ich bin weiterhin noch im Nebenberuf, aber bin mittlerweile um ca. 130 Mitglieder in einem Jahr gewachsen und habe eine Teilzeitkraft, die mir im Büro hilft und mehrere Minijobber, die bei mir als Trainer angestellt sind. Also es ist ein super Gefühl, dass ich einfach so schnell wachsen kann und mehr Leuten die Möglichkeit bieten kann, Jiu-Jitsu zu trainieren und einfach, dass ich mehr Leuten helfen kann. Ich bin bisher, ehrlich gesagt, noch nicht in einem anderen Programm gewesen. Deswegen kann ich das jetzt nicht so richtig beurteilen, aber ich bin auf jeden Fall bei Falk an der richtigen Stelle. Ich finde es super, dass wir die Live-Cours haben mit Falk und dass ich auch die Themen der anderen Betreiber anhören kann und dass wir merken, dass sie die gleichen Probleme haben und dass wir gemeinsam da nach vorne kommen. Und allgemein ist auch die Facebook-Community super, da kann ich meine Fragen stellen und kriege relativ schnell eine Beantwortung. Und selbst auch dieser Event hier heute, das ist einfach super, wenn man so viele Leute vor Ort sieht und trifft und mit denen sich austauschen kann. Ich würde jedem das Coaching weiterempfehlen, der mit seiner Schule wachsen möchte und profitabel werden will.